Was ist für Sie Heimat? Heimat ist für mich ein Lebensraum, wo ich mich wohlfühle, wo ich Freunde habe, wo ich mich aufgefangen fühle. Aber gleichzeitig ist für mich Heimat nicht irgendwie ein Ort, der fix für das ganze Leben bestimmt ist. Ich kann auch eine neue Heimat für mich entdecken, indem ich einen neuen Kontinent, eine neue Kultur für mich entdecke und mich da auch wohlfühle. Für mich ist Heimat Sachsen, da ich gebürtige Sächsin bin, aber würde Sachsen niemals verlassen. Aber trotzdem ist es ja so, dass sehr viele Jugendliche gehen, sozusagen in den Westen, weil sie bessere Arbeitschancen dort haben, auch für ihre Gehälter. Was macht denn der Freistaat, um sozusagen seine Jugendliche zu halten oder auch wieder zurückzuholen? Also Sachsen ist für mich natürlich auch die Heimat, aber junge Menschen sind aus Sachsen weggegangen, weil sie sich seinerzeit in dieser Heimat nicht wohlgefühlt haben, weil es keine Arbeit gab, weil es keinen Ausbildungsplatz gab. Heute ist die Situation eine andere. Es gibt sehr gut sich entwickelnde Unternehmen, die mittlerweile Arbeitsplätze anbieten, die manchmal auch Jugendliche nicht kennen, weil sie es gewohnt sind, nach München oder nach Stuttgart zu fahren. Also wir müssen dafür werben, die Unternehmen müssen dafür werben, dass sie über nicht nur ausreichende Ausbildungsplätze, sondern auch gut bezahlte Arbeitsplätze verfügen. Das ist der eine Weg. Das heißt, diesen Kontakt zu halten zu den jungen Menschen und ihnen jetzt Angebote zu unterbreiten, die sie in der Heimat vorfinden. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir gerade auch im Bereich, wie wir das in Sachsen tun, im Bereich der Hochschulbildung versuchen, eben sehr attraktiv zu sein, und dass junge Menschen von außerhalb nach Sachsen kommen, darüber dann auch positiv berichten, eine Vielzahl von denen sogar in Sachsen bleiben und dann auch ihren Lebensmittelpunkt finden. Und wir haben im Jahr 2011, im November, mehr Zuzüge nach Sachsen gehabt, zum ersten Mal seit 1990 als Wegzüge. Und das zeugt davon, dass in der Tat die Neugier auf Sachsen zugenommen hat. Der MDR hat seit November eine neue Intendantin, die sozusagen weg vom Schungelsender möchte, hin zum jungen Publikum. Was halten Sie davon und finden Sie, ist es dem MDR bis jetzt schon ganz gut gelungen? Also ich habe sowohl dem scheidenden oder dem nicht mehr Intendanten, Herrn Professor Reiter, und der jetzigen Intendantin schon gesagt, dass der MDR ist ein super Sender, den man bis um acht gucken kann. Und danach kommen dann die Wiederholungen. Und wenn man daran etwas ändern will, dann muss man auch das Programm etwas frischer und moderner machen. Und ich glaube, dieser Anspruch bleibt. Dass sich da erste Veränderungen abzeichnen oder vorhanden sind, ist gut. Und ich wünsche mir, dass dieses letztendlich auch seine Fortsetzung findet.